So, nachdem ich jetzt auf meinem Kanal so einiges erklärt habe, was die Server betrifft, was die Sprache betrifft, würde ich sagen, fangen wir auch mal an mit ein bisschen Gameplay, beziehungsweise so, auf was solltet ihr achten ganz am Anfang, bevor ihr wirklich ins Spiel rein startet. So, wie viel Spielzeit haben wir? Warte, da, ihr seht es oben links, 30 Stunden habe ich jetzt in einem Spiel schon verbracht. Also, so ein bisschen reingelesen, auch natürlich Tutorials geguckt, weil das Spiel, ganz ehrlich, es erklärt sich nicht von selbst. Also, du hast zwar deinen Raben hier am Anfang, auf den gehen wir gleich auch ein, aber im Prinzip so direkt wird, du kriegst zwar erklärt, ja, da ist ein neues Rezept, aber sonst musst du eigentlich ziemlich alles selbst herausfinden. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal zum Raben hin. Was hat er uns zu erzählen? Ich bin Hugin. Hugin. Wer den Namen erfunden hat, weiß ich auch nicht. Ich wurde an diesem Ort gesendet, um dich zu führen. Die dich umgebenden Magieliten sind Opfersteine. Sie repräsentieren all die Wächter, die zu bezwingen, was die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Also, wir müssen halt andere Götter quasi hinter uns bringen, bis wir endlich nach Valhalla dürfen. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5. Also, 5 Götter töten, dann dürfen wir nach Valhalla. Aber bis dahin kann ich jetzt schon sagen, ein langer Weg. So, hier führt er uns zum nächsten Stein hin. Diese magischen Steine wurden durch Odin über den Ländereien verstreut. Also, das heißt, überall findet ihr immer wieder genau diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Steine, die rot leuchten. Also, man sieht es auch von Weitem. Man findet die auch in Ruinen, etc. Aber dazu kommen wir später. So, was zeigt er uns an? Genau. Den Namen komme ich auch nicht klar. Eiktür. Ich nenne ihn Eiktür. Wenn da irgendeiner weiß, wie er besser heißt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Also, da müssen wir hin. Da werden wir unseren ersten großen Gegner also finden. Aber dazu erstmal auch später, weil wir sind ja gerade erstmal angekommen. So, der ist schon mal registriert. Ach Gott, da kommt schon das erste Schwein angerannt. Mit Linksklick können wir angreifen. Und wir kriegen, da seht ihr, einfach nur ein neuer Gegenstand. Und wie schnell war das weg? Hat es einer mitgelesen? Genau. Wie kommen wir da hin? Einfach auf den Tab. So. Jetzt bin ich gerade selber im Überlegen. Lol. Lost. Also. Aber. Was haben wir hier noch liegen? Äste. Wir nehmen erstmal Holz mit. Wie ihr seht, neues Material Holz. Neue Abendaltungen. Wie heißt das Ding? Ach, da ist es ja. Eine Keule. Holen wir uns mal einen Stein mit. Zack. Neues Material. Stein. Neue Einleitung. Einleitung. Anleitung. Steinaxt. Keule. Hammer. So. Aber hier liegt noch mehr rum. Erstmal am Anfang würde ich echt jedem empfehlen. Sammelt erstmal alles auf. Alles, was wir finden, aufheben. Weil am Anfang können wir wirklich alles getrauben. So. Aber da uns das Schwein ja eben schon angegriffen hat, wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir uns erstmal eine Keule erstellen. Wir seht hier unten, ich würde es gerne herstellen. Geht aber noch nicht. Denn wir müssen sechs Holz haben. Also entweder geht ihr hin, sammelt halt sechs Holz vom Boden. Da oben haben wir zum Beispiel nochmal einen Ast. Schneller laufen ist, wie nennt sich die Taste? Shift. Ist über der SDG-Taste. Falls ihr die nicht findet, da ist sie. So, nächsten Ast aufheben. Da ist schon wieder uns war unser netter Rabe. Die meisten Objekte müssen hergestellt werden. Da du Midgard allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Objekten zunächst erneut erinnern. Heißt, wir sind eigentlich... Ja. Man mag es fast nicht aussprechen. Wir sind dumm. Wir wissen eigentlich gar nichts. Also müssen wir alles neu erlernen. Hebe einfach alles auf, was du findest. Ja, habe ich eben schon gesagt. Und es fällt hier schon wieder ein. Mein kleiner Bruder Munin sagt mir, dass sich mithilfe von Holz und Stein eine Steinachs herstellen lässt. So, dann gehen wir wieder auf die Tab-Taste. Steinachs. Fehlt uns auch Holz. Also wie ihr seht, man braucht viel, viel Holz. So, dann haben wir hier zum Beispiel eine große Buche. Schlagen wir gegen. Passiert gar nichts. Außer, dass wir unbewaffnet leveln. Aber, da kommt doch schon direkt wieder der nächste Rabe angeflogen. Du hast etwas zu essen gefunden. Ich habe etwas zu essen gefunden. Ah, du warst durch das Schwein. Verzehre es, um dein Leben und deine Ausdauer wieder herzustellen. Bedenke, dass es nicht lange dauern wird, bis du hungrig wirst. Daher solltest du immer einige Nahrungsmittel mit dir herumtragen. Aber, wir können es ausprobieren. Rechtsklick auf das hohe Fleisch. Es passiert nichts. Aber, ihr seht da unten schon Bären. So, Fähigkeit Rennen. Hat sich auch verbessert. Da können wir auch mal ganz schnell drauf eingehen. Zack, das sind die Tropfen. Fähigkeiten, wie ihr seht, bis jetzt haben wir halt unbewaffnet. Das war da, wo wir gegen den Baum geschlagen haben. Keulen ist schon da. Aber, wir haben ja noch keine Keule hergestellt. Also, können wir da auch noch nichts machen. Blocken haben wir auch noch auf 0. Rennen ist jetzt bei 1. Äxte haben wir auch noch bei 0. Aber, hier kommt noch deutlich mehr dazu. Okay, schwimmen, mit dem Bogen schießen. Also, alles, was man benutzt, wird immer wieder weiter verbessert. Aber, wenn man es nicht benutzt, heißt es jetzt zum Beispiel, ich werde nie wieder unbewaffnet irgendwo gegenschlagen, werde ich für immer, was haben wir jetzt, immer auf 4 bleiben. Also, immer alles schön nach und nach hochleveln. So, hier haben wir die Himbeeren. Einfach mit E auf, beziehungsweise aufheben. Aber in der Regel hebt er eigentlich so gut wie alles alleine auf. Außer als Sachen, die so eilinsam und verlassen rumliegen. So, dann sehen wir da oben links eine 1. Jetzt sehen wir eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die sind dann durch die Zahlen auf der Tastatur einfach anwählbar. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die Himbeere, tun die auf die 7, schließen das Ganze. Man kann es halt einmal mit Rechtsklick benutzen. Aber, wenn du einfach auf der Tastatur auf die 7 drückst, kann man es auch benutzen. Kann ich jetzt nicht, weil ich schon genug Erde Himbeeren gegessen habe. Und wie man sieht, wir sind ja gestartet mit 25 Leben. Jetzt hat sich das Ganze erhöht. So, um wie viel hat sich das erhöht? Also, Gewicht 0,1. Leben haben jetzt 10 dazu. Warte, ich will jetzt gerne ein Blödsinn erzählen. Doch, Leben haben wir 10 dazu bekommen. Und das Ganze dauert halt 600 Sekunden. Und jeder Tick bekommen wir 1 HP hinzu. Also alle paar Sekunden bekommen wir 1 Leben halt eben einfach dazu. So, wie wir sehen, auf 23 sind wir schon wieder. Also es geht völlig von alleine. Wie ich sehe, wird es aber ganz langsam dunkel. So, was heißt das? Wir müssen uns jetzt langsam mal echt eine Keule herstellen. Aber, da wir noch keine Waffe haben, die kleinen Buchen kann man nämlich umhauen. Dauert ein bisschen. Und wie ihr seht, Holz alleine aufgehoben. Und wir haben noch was bekommen, nämlich Arz. Arz werden wir auch brauchen für Fackeln. Wir sehen es schon hier rechts. Eine haben wir aber schon. Das kann ich euch auch direkt sagen. Wenn ihr einmal eine Fackel hergestellt habt. Ach ne, Fackeln nicht. Bei Fackeln ist das nicht. Fackeln ist der einzige Gegenstand, der wirklich kaputt geht. Aber Waffen oder so gehen nie kaputt. So, hier kommt schon der erste Grilling. Zack. Einmal blockiert. Wie blockieren wir? Hier mit der rechten Maustaste. Einfach gedrückt halten. Zack. Und Fähigkeit verbessern. Blocken. Wenn ihr natürlich das Blocken wirklich verbessern wollt, stellt euch in Anführungszeichen einfach hin. Haltet die rechte Maustaste gedrückt. Und so verbessert sich das Blocken nämlich automatisch quasi. Aber nicht jeder Schlag wird geblockt, wie man gerade gesehen hat. Den haben wir auch geblockt. Ah, da kommt er wieder durch. Ich würde aber sagen, jetzt reicht es mal langsam hier. Umbewaffnet hat sich wieder verbessert. Da haben wir ein bisschen einen Taubel gebracht. Zack. Na komm, die kriegen wir jetzt. Zack, zack, zack. So. Und was lässt er troppen? Richtig, auch Harz. Also hier die Monsterlatten immer Harz liegen. Immer. Also Harz werdet ihr später genug haben. So, wie wir sehen. Baum. Immer noch zu stark. Der Baum auch. Die Buche ist noch zu stark. Die Birke ist noch lange, lange, lange dauert es. Es gibt auch Eichen. Die brauchen noch länger. Die habe ich. Selbst ich kann sie noch nicht hauen. Beziehungsweise abbauen. Also weiter hier auf den drauf. Holen wir mal zwei Bäume weg. Zack. Oh Gott, jetzt wird dunkel. Jetzt muss ich doch ein bisschen Gas geben. So. So, wieder die Tab-Taste. Dann gehen wir erstmal die Keule herstellen. Damit wir uns ein bisschen verteidigen können. Ihr seht, kommt automatisch auf die zwei. Bei der, wenn ihr die eins drückt, kommt die Fackel. Aber bedenkt, wenn ihr die Fackel benutzt, verbraucht sich direkt. Weil die Fackel, logischerweise, es brennt. Also wird sie konstant genutzt. Wenn wir auf die zwei gehen, Zack. Haben jetzt die Fackel in der Hand und können gleichzeitig mit dem Knüppel zuschlagen. Wir können damit jetzt, warte, ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Blödsinn. Räume kann man damit nicht. Aber wie ihr seht, auch das verbessert schon den Skill von der Keule. Fähigkeit verbessert. Oben links steht es schon. Jetzt schon auf vier, obwohl wir gegen einen Baum schlagen, was eigentlich noch gar nichts bringt. So. Haben wir genug Holz für die Steinaxt? Nein. Wir brauchen immer noch fünf Holz. Jetzt also, nehmen wir hier die kleinen Bäume. Zack. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir eine Fackel haben, greifen uns auch die Monster nicht so schnell an. Ich habe so halt schon das Gefühl, ein bisschen Angst vor Feuer haben sie schon. So. Jetzt können wir uns auch die Steinaxt herstellen. Zack. Steinaxt hergestellt, neue Gegenstand. Also alles, was wir neu herstellen, wird uns halt dann auch so angezeigt. Und das können wir nämlich dann jetzt auswählen mit der 3. Jetzt haben wir die Achse in der Hand. Und ihr wisst ja, eben konnten wir hier die Buche noch nicht umschlagen. Zack. Holz hacken. Eins. Und jetzt passt es gleich auf. Weil das Holz wird nicht einfach so fallen wie eben bei den kleinen Bäumen. Achtung. Jetzt müsst ihr nämlich aufpassen. Wie ihr seht, der Baum hängt da ein bisschen fest. Aber passt da wirklich auf. Wenn der Baum euch trifft, bekommt ihr Schaden. Und achtet mal links im Bildschirm. Da kommt was. Zack. Habt ihr gesehen? 22 Schaden. Und das ist eine Menge. Wenn man nur, ich weiß jetzt nicht, wie viel hat man jetzt 22 Schaden bekommen. 31 Schaden hatten wir. So. Mal gucken. Wieder Rechts-Taste. Auf Blocken. Zack. Hat die Achse auch verwässert. Weil hier bin ich jetzt gerade ein bisschen besorgt. Nicht, dass der uns richtig trifft. Und wir noch sterben. Das wäre natürlich ein Mega-Fail. So. Dann haben wir das weiteren Federn bekommen. Wofür brauchen wir diese Federn? Kommen wir auch später dazu. Nämlich für Pfeile herzustellen. Für den Bogen. Aber bis wir soweit sind, dauert es noch ein bisschen. So. Wie ihr seht. Oh oh. Wir fangen an zu frieren. Oben rechts steht es Kälte. Und wie ihr auch seht. Unten links. Die Himbeere fängt an zu blinken. Das bedeutet, dass der Bonus weg ist. Und wir inzwischen schon die 10 Minuten rum haben. Aber einfach auf die 7 gehen. Und zack. Das Blinken hört auf. Und wir bekommen wieder weiter Leben. Was hat der Rabo zu uns erzählen? Ich lasse mich raten. Es geht um die Kälte. Wenn die Temperatur bei Nacht fällt. Oder wenn du durchschnässt bist. Wird dir kalt. Wodurch. 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 Deine Ausdauerregeneration sinkt. In diesen Fällen solltest du bei offenem Feuer Zuflucht suchen. Hm. Haben wir hier ein Feuer? Richtig. Nein. Aber wir haben eben schon gesehen. Hier ist noch ein Hammer. Was brauchen wir für den Hammer? Haben wir schon dabei. Drei Holz. Zwei Stein. Zack. Und was können wir hier? Hammer reparieren. Lagerfeuer. Holzstoß. Steinhofen. Äh. Ne. Steinhaufen. Dann der. Wie heißt das? So. Wir machen es aber ganz einfach. Wir legen uns den Hammer immer. Also ich habe ihn am liebsten auf der Acht. Weil die Acht benutze ich eigentlich so gut wie nie. Außer ich bin halt wirklich am Bauen. So. Jetzt passt auf. Jetzt kommt eine Menge. Achtung. Jetzt haben wir den Hammer in der Hand. Wie wir ganz, ganz dezent sehen. Also Hammer kann man nur allein in der Hand tragen. Da habe ich auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Jetzt rechtsklick. Und jetzt geht es los. Dann haben wir einmal das Lagerfeuer. Wie wir sehen, unten fehlen uns fünf Steine. Aber wir gehen mit der Tab-Taste in den Moment. Ja. Ne. Uns fehlen wirklich fünf Steine. Ich habe nicht einmal einen Stein in der Tasche. So. Was können wir noch herstellen? Eine Kochstation. Eine Werkbank. Was können wir bauen? Noch nichts. Dekoration. Auch noch nichts. Also würde ich sagen, brauchen wir definitiv Steine. Und Steine liegen, wie wir sehen. Ne. Da ist keiner. Lol. Profi-Effekt. Äh. Haben wir hier irgendwo einen Stein jetzt gerade rumliegen? Denk dran mit der Shift-Taste immer laufen. Aber vergesst nicht. Wir verlieren Ausdauer. Aber wie ihr seht. Wir können nichts aufheben. Woran liegt das? Richtig. Wir haben den Hammer in der Hand. Weil wenn du den Hammer in der Hand bist, bist du quasi komplett im Baumodus. Deshalb irgendwas anderes in die Hand nehmen. In dem Fall die Fackel. Und dann können wir auch die Steine aufheben. So. Wie viele Steine haben wir jetzt? Wir haben fünf Steine. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir haben auch den einen Rahmen jetzt schon gesehen. Der uns nämlich wieder was erzählen will. Nämlich. Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und hohe Befestigungen aus dem Boden stammten. Beginne mit der Errichtung einer Bergbank. Ja, aber uns ist ja erstmal noch kalt. Also, gerade noch hier paar Steinschneiden sammeln. Zack. Da ist noch ein Stein. Zack. Noch ein Stein. Noch ein Stein. So. Noch ein Stein. So, das sollte jetzt erst einmal reichen. Ich gucke mal gerade, wo hier ziemlich eben ist. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. So. Dann wieder auf die Acht. Also, beziehungsweise jetzt auf die Acht. Dann rechtsklick. Und zack. Auf das Lagerfeuer. Wie ihr seht, kommt da schon wieder einer an. Zack. Schnell reagieren. Schnell eine Waffe in die Hand. Zack. Weil nachts ist es halt ein bisschen gefährlicher. So. Jetzt aber wieder zurück. Ich habe immer die Angewohnheit, die Tab-Taste zu drücken. Aber, ihr müsst einfach nur dann auf den Hammer mit der Acht. Und direkt habt ihr das Lagerfeuer wieder da. Wie ihr seht. Ich will es nur gerade demonstrieren. Da läuft nur eine Exe rum. Zwischendurch wird es rot. Und wenn es rot ist, könnt ihr das halt so. Hier kann man es nicht hinbauen. Wir setzen unsere Lagerfeuer jetzt einfach mal da hin. Und zack. Du wirst wärmer. Ja. Wie ihr seht, oben rechts kälte es weg. Also, gehen wir direkt mal hin. Was hat er uns eben noch erzählt? Wir sollen eine Werkbank herstellen. Da fehlt uns aber jetzt das Holz. So. Sieben Holz haben wir aber noch. Heißt, drei Holz fehlt uns. So. Da wir aber nicht so viel Zeit verschwenden wollen, Äste zu sammeln. Doch. Hier haben wir noch einen. Hallo. Ach ja. Wir sind wieder auf dem Hammer. Vergesst es nicht. Wie ihr seht, selbst ich vergesse es. Ich mache das jetzt nicht extra, um irgendwas zu demonstrieren. Sondern, den Hammer ist halt wirklich, wenn du den Hammer in der Hand hast, kannst du nichts machen, außer bauen. So. Immer schön laufen. Mal gucken. Kann man mit der Fackel, ach, mit der Fackel können wir sogar einen Baum umhauen. Haben sie auch noch nie gemacht. Hinzugefügt. Drei Holz. Zack. Brauchen aber eh noch mehr. Ach, die Eidechse will auch schon was von uns. Zack. Zack. Und die Fackel kaputt. Und wie ihr seht, die Fackel ist komplett verschwunden. Ja, das habe ich auch extra gemacht, weil ihr seht, oben links, wenn wir jetzt die Achse angucken, die verbraucht sich. Aber, sie wird auch kaputt gehen. Aber wir brauchen uns keine neue herstellen. Aber das zeige ich euch gleich, wenn wir die Werkbank noch stehen haben. Weil den Fehler habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe am Anfang, ich glaube, drei, vier Keulen gehabt. Drei Äxte. Und au je. Jetzt müssen wir hier ein bisschen... Ah, ne, passiert nichts. Die anderen Bäume stehen nämlich ziemlich nah beieinander. Zack. Zack. Und denkt, vergesst nicht unten die Ausdauer. Boah, wir müssen schon wieder essen. Unten. Eieiei, was ist denn hier los? Ah, Kettenreaktion. Vielleicht haben wir den halben Wald so umgehauen. Ich will nur gerade extra die Axt mal verbrauchen, damit ihr seht, was ich meine. Zack. Nächste Woche. Vielleicht haben wir hier den halben Wald schon weggehauen. Wie ihr seht, Holzhackung ist jetzt schon auf 8. Aber das Skillen geht auch irgendwann deutlich langsamer. So. Die Ausdauer haben wir gleich auch komplett verbraucht. Dann heißt es, immer ein bisschen Geduld haben. Warte, ich muss hier aufpassen, dass ich hier sterbe auf dem Baum. Dann unten links seht ihr schon wieder, wir müssen schon wieder essen. Boah, wir haben keine Bären mehr. Haben wir sonst noch irgendwas im Inventar? Dazu habe ich aber gleich schon noch eine Lösung. Also ist fast verbraucht. Aber wenn die dann verbraucht ist, die Axt. Dann wird sie rot und man kann sie auch nicht mehr benutzen. Aber da gibt es nämlich dann auch eine ganz einfache Lösung. Wo haben wir jetzt wieder auf die 8 für den Herstellungsmodus. Dann rechte Maustaste. Dann auf die Werkbank. So, jetzt haben wir die Werkbank. Wenn ihr die Werkbank drehen wollt, oder generell Objekte, einfach am Mausrad hin und hoch und runter drehen. Dementsprechend verschiebt sich das Ganze. Dann seht ihr, hier außen haben wir so einen Kreis. Der geht einmal komplett um uns rum. Also die Werkbank steht halt wirklich mittig von dem Kreis. Wenn ihr seht, ich gehe weiter rüber, verschiebt sich auch der Kreis. So. Was bedeutet das? In dem Radius können wir halt bauen. Also da können wir ein Haus reinstellen. Und hast du nicht gesehen. Machen wir auch mal direkt. So. Jetzt sehen wir den Kreis nämlich immer noch. Der A bekommt schon wieder. Ja, ja. Wie ihr seht, ihr kriegt tausend Sachen da links angezeigt, die ihr machen könnt. Aber so schnell kann ja kein Mensch lesen, wie es da angezeigt wird. So. Gehen wir mal gerade hin. Bauen. Eine Wand. Und, wie ihr seht, hier könnte ich die Wand jetzt stellen. Auch mit Rechtsklick. Ne, mit Linksklick. So, hier geht es. Und hier nicht mehr. Wie ihr seht, unten fehlendes Material ist die Werkbank. Nämlich, hier in dem Kreis kann man nur bauen. Außerhalb nicht. Wollt ihr allerdings doch hier draußen weiter bauen, später oder so. Setzt euch einfach nochmal eine Werkbank. Dann habt ihr quasi die zwei Kreise und der ganze Radius erhöht sich. Also verdoppelt sich nicht. Aber ihr habt dann quasi genau denselben Radius. Einfach noch einmal. So, mal gucken, was uns der Rabi schon wieder erzählen will. Zack. Babbam. Ja, natürlich kommst du. Ja, wie ihr seht, wir fangen schon wieder an zu frieren, weil wir zu weit wechseln vom Lagerfeuer. So, dann gehen wir mal zur Werkbank. Werkbank benutzen mit E. Ah, was denn da los? Station braucht ein Dach. Ja, wie bauen wir jetzt ein Dach? Welch steht auf den Hammer wieder? So, wir sind schon auf der Wand. Man kann allerdings hier mehreres auswählen, aber natürlich eine ganz einfache Holzwand reicht hier vollkommen aus. Dann bauen wir die nämlich jetzt direkt an zu ran. Einmal. Ach Gott, jetzt. Jetzt fangen die Totorien, äh, der Boden nämlich an zum Problem zu werden. Aber das kriegen wir hin. Da, 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 da. Wir müssen nämlich jetzt eigentlich ganz simpel einfach nur ein Dach drüber bauen, aber ein Dach steht natürlich auch nicht alleine. Zack. Mal da rum. Und zack. So, mit Rechtsklick kommen wir wieder ins Menü. Und dann haben wir einmal ein Strohdach mit 26 Grad. Hier eine Außenecke. Also, wenn ihr ein Rechteck habt, sage ich jetzt mal Viereck, dann kann man das halt logischerweise als Außenecke machen. Dann haben wir noch eine Innenecke. Aber ich sage ganz ehrlich, mit Baum bin ich selber auch noch nicht so drin. Aber was wir hier in dem Fall brauchen, ist einfach ein 26 Grad Dach. Zack. Oh wei. Was haben wir jetzt gemacht? Ins Feuer. Schön. Aber macht euch keine Gedanken, man wird nicht sterben dabei. Bin schon gerade selber im Liegen. 26 Grad. Wie viele Wände habe ich gebaut? Drei. Ei, ei, ei. Wie ihr merkt, ich bin da selber noch nicht so fit drin. So, reden wieder mit dem Mausrad. Na, er will nicht. Er will nicht, wie ich will. Ach, da werden wir schon wieder angegriffen. So, zack. Komm her. Ja, komm her. Zack, zack, zack. So, weiter geht's. Oh Gott, warum bin ich denn da das Dach hingesetzt? Ei, ei, ei. Was haben wir denn da gemacht? Also, wieder auf den Hammer. Wenn ihr das Ganze da zerstören wollt, einfach, zack, auf das Zahnrad einmal draufklicken und schon verschwindet das Ganze wieder. Ihr kriegt die Materialien auch wieder. Hier ist irgendwie ein ganz komischer Ort zum Bauen. Ei, ei, ei. Katastrophe. Meine Frau im Hintergrund. Guck mal, Gott, Schatz. Was für eine Katastrophe, oder? Hübsch. Du sollst nicht. Soll ich bei dem Lagerfeuer noch was erwähnen. Dass man verbrennen kann? Nein, dass du dich da hinsetzen sollst, damit du den Waff bekommst. Ah. Wie setzt man sich hin? Auch ich. Oh. Mein Frau weiß gut Bescheid. Ich will weniger als ich. So. Da passt du raus. Ich hasse das im Baumenü, ne? Wie kommst du immer aus dem Baumenü raus? Ja. Gibt's. Ich hab mir selber gesagt. Ich weiß, ich sag dir immer was und vergesst es dann selber. Also auch wenn ihr was in der Hand habt, einfach eher und schon seid ihr komplett frei. Aber was hat meine Frau gesagt? Hinsetzen mit X, 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 X. Und setzen wir uns mal hin. Ah, bequem eins. Bequem eins. Klar, es geht noch mehr. Wie viel Bequemlichkeit hast du inzwischen? Vier, oder? Vier. Also wir bekommen bis jetzt auch erst vier hin. Wann kommt der Buff? Da ist der Buff. Ach, acht Minuten bei Bequemlichkeit von eins. Bei vier haben wir elf Minuten, ne? Mein elf. So. Kann man das auch? Können wir jetzt die Werkbank benutzen? Ja. So, ihr seht hier schon den Hammer blinken. Jetzt kommen wir nämlich zu der Axt. Die ist ja fast verbraucht. Klickt mal auf den Hammer. Zack. Zack. Keule ist komplett repariert. Jetzt ist auch die Steinachs repariert. Jetzt ist der Hammer auch repariert, weil selbst wenn ihr was am Boden seid, auch der Hammer verbraucht sich. Aber hast du schon mal gemerkt, dass der Hammer komplett aufgelöst ist? Bis jetzt eigentlich nicht, weil der Hammer gerade nämlich auch zu reparieren hat. Aber gut, ich reinge auch grundsätzlich. Also ich habe tatsächlich auch nur so bequem eins und auch so gut acht Minuten. Okay. So. Damit habt ihr eigentlich schon den Anfang gemacht. Und jetzt könnt ihr natürlich den Hammer weiter benutzen. Ihr könnt jetzt anfangen, hier zum Beispiel den Boden hinzusetzen. Aber da gibt es noch so viele Sachen. Aber dazu kommen wir noch irgendwann später in anderen Videos. Aber ich würde sagen, das reicht auch erst mal. So werdet ihr eigentlich zumindest mal schon mal die Nacht gut überleben. Ihr werdet nicht überfrieren. Verhungern werdet ihr auch nicht. Aber eine Sache, eine Sache wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Kleinen Moment. Zack, wo ist es? Herstellung. Richtig, die Kochstation. Wir hatten ja eben das, eine Schweigen getötet da ganz am Anfang. Wir gehen hin, stellen das ganze Ding übers Feuer. So, dann aus dem Baumenü wieder raus mit R in der Schatz. So, dann Objekt kochen. Wir drücken einfach mal E. Okay, also er nimmt einfach das Fleisch komplett aus dem Inventar raus, hängt es hin. Ihr habt das Zischen gehört. Aber wenn wir jetzt noch mal E drücken, wir haben nichts mehr in der Tasche. Und es kocht vor sich hin. Und kocht. So, wann ist es fertig? Ich kann euch nämlich sagen, mein erstes Fleisch, was ich gekocht habe, wurde erst mal zu Kuhle. Und ich habe nämlich Fleisch hingehangen. Bin dann mal gegangen. Wie ihr seht, die Farbe hat sich verändert. Zack, einfach nochmal E. Und wie ihr seht, oben links gekochtes Fleisch. Und jetzt passt auf. Gekochtes Fleisch gibt uns 40 Leben. Also gekochtes Fleisch gehört in meinen Augen in jedes Inventar. Also zack, Abfahrt. Und jetzt seht ihr schon, wie groß hier links der Balken wird. Der wird sich auch füllen bis hier oben hin. Standardmäßig haben wir 25. Fleisch gibt uns 40. Also bis 65 Leben sind wir hier auf jeden Fall schon mal. Nur mit Fleisch. Also wenn ihr Schweine seht, tötet sie. Auch wenn ihr tief freundlich seid, aber ihr braucht sie definitiv. So, damit würde ich sagen, haben wir eigentlich die Einführung soweit geschafft. Tiere töten, Bäume töten, Bäume töten. Bäume abhaken, Steine sammeln. Und dann würde ich sagen, könnt ihr euch getrost ans Bauen eurer Hütte machen. Und in dem Sinne bin ich erstmal raus. Euch schon einen schönen Tag und haut herein.